ja Servus Leute und herzlich willkommen hier gerade in der Happy Zone von Epic Jump Map Operation so, mal gucken was hier so happy abgeht Du musst Club in China nicht so viel Du musst im richtigen Alter Ich laufe jetzt lang Oh, Moment mal, vielleicht geht das gar nicht Ich glaube, das geht gar nicht Du musst am entscheidenden Moment raus Ja, ja Das ist eigentlich ganz geil gemacht Der Frage ist, wo ist der entscheidende Moment? Ich glaube hier Ist das korrekt? Ich glaube, das war relativ korrekt Oh Mann, ey, jetzt habe ich aber eine Decke überm Kopf Oh, ich habe es, ich habe es Oh, mega nice Wo ist er? Du kannst schon relativ Du musst halt auch einmal über das ganze Ding drüber fahren Und danach kannst du aussteigen und ein bisschen laufen Okay, ich mache Ich sehe immer zu früh aus Ne, du musst schon, du musst schon einmal über dieses Da ist doch eine so eine Schiene in der Luft gebaut Die musst du halt nehmen, sonst schaffst du den Sprung nicht und sonst Grab some happily annoying fruits Orange, ja klar Might annoying Alles klar And since you were getting too happy There is some awesome, awesome cactus parkour Enjoy Ja, danke dir Oh, kaktus, ja geil Ja Mann, ich freue mich auch schon Ich hasse die, die Naffen Die hasse ich Die hasse ich echt Die Dinger kann ich nicht ab Die nerven mich derbe Aber egal, wir lassen uns hier nicht unterkriegen Jetzt schließlich die Happy Zone So, happy? Wow Ach komm, jetzt bin ich zurückgelaufen hier, was soll denn das? Ach, komm, ich weiß ja, ich weiß ja auch, wo die anderen Hebel noch sind Also von daher Wie? Ich freue mich mal wieder leben hier Leben bitte Ich hab einen Kaktus aufgesammelt Man hat einen Kaktus, der lag in Rom Ich bin jetzt mal einfach mal hierhin Ach, kann ich nicht Ah, hat einer vorgesorgt, ein Land Ach so, der hat die Schilder da aufgebaut, damit die nicht weiter wachsen Ja, da war einer intelligent Da war einer intelligent Ich springe immer zu weit, ey, so eine nervige Kucke Ja, oder ich lauf dann wieder zurück, so ganz intelligent Ach, komm schon Jetzt hat aber Oh, so Sabile Sache Haha, der hat durchgejumpt, der Junge Jetzt hab ich brauch Leben Boah, ich lehne, ich hab ja Lust zu verrecken hier War ja gar nicht so schwer Ja, ja, Max Ja, ja, Max Ich, ohne Winz, ich hab's im ersten Zug geschafft Ja, ja, ich weiß, ich weiß Hab's gesehen, bist relativ durchgerasht Ich muss hier eben nur warten, ich brauch, ah, Moment, ich könnte eine Karotte fressen Bringt die noch irgendwas anderes? Oh, ne? Boah, noll Haben wir noch irgendwas hier, was schneller geht Feuchtigen, goldenen Apfel oder so Ich hab nämlich genau zweieinhalb Herzen Das ist nicht so die Menge Das nervt mich grad ein bisschen Ach komm, warum stößt der mich immer da drüber? Jetzt komm schon, Junge, ey, das nervt mich hier grad Der haut mich da immer drüber, der Junge Was ist denn da los hier? Alter Das leckt mich hart, ey, ich versuch's jetzt noch einmal, sonst muss ich mich gleich nochmal heilen Ne, okay, warte, warte, oho Alter, alter Ach man, mach mal hin, hier Ich hab keine Lust, hier, jetzt Ewigkeiten zum warten Mit dem blöden Heilen Oh, da bist du aber tief gefallen Ja, da gibt's noch einen Checkpoint Ah, dann ist das okay Kriege ich in den dritten dritten ach mach mal her, aber ich sag was Leute, das ist mir jetzt so zu doof ähm, wo sind die denn, die Sachen? da haben wir's doch, ähm ah, dann nehmen wir doch einfach mal davon ein ganzes Paar können wir da nicht mehr davon nehmen? ne, alles klar ja, dann nehmen wir die zwei mal eben ähm, was machst du? mir so, mir so, äh, Lebensdränke kaufen oder cheaten, besser gesagt das ist mir nämlich echt immer zu doof, wenn ich je ewig weiß, wenn ich je warten muss bevor ich nochmal versuchen kann mit den Kaktusströmen, wenn du nervt bist ach jetzt komm schon ach ja, schreck mich am Arsch ich hab's nicht mal gekriegt, hier, was denn los? jetzt hat aber ach, das bringt nur so wenig Herzen weil ich mir gleich mehr mitnehmen soll jetzt, warum komm ich denn nicht auf den bescheuerten Dritten hier? dann los oh, jetzt hab ich ja auch den nächsten, der, Viva alles klar ja nein, nein, nein oh, ich brauch Leben ich brauch ganz dringend Leben alter ah, wisst ihr was Leute? Milch heißt, eine Abkürzung aus den Worten Milch und Kakao was? ach so, die Schätzung Milch heißt die Atombomber Fatman sollte im August 45 nach Plan des, äh erst Militär ist auf der Stadt Kukura fallen doch weil Kukura unter den Wolken nicht zu sehen, man drehte der Pilot ab und flog nach Nagasaki, na schön hoho, verschissen, alter Latte Macchiato heißt gefleckt, ihr Milch, das wusste ich sogar legt mich am Arsch, ich hasse Kakteen-Sprünge richtiges Timing und dann geht es richtiges Timing und dann geht es nur weil der da einmal Lack hat, der Junge ja, ohne Witz ja, ohne Witz, dann mach's nochmal, dann mach's nochmal hier eben dann mach's nochmal wenn du es nochmal direkt schaffst auf Anhieb dann okay dann, dann gebe ich mich geschlagen dann sag ich einfach, ich kann's nicht jetzt bin ich gespannt, alter wenn der ist jetzt nochmal durchrushed hier der Junge macht das, alter der macht das auch noch ich glaub's nicht ja, wie lang wartest du denn da immer drauf? ey, aber ohne Witz, der hat auch ein bisschen Lack, das muss man auch mal ganz klar sagen weil ohne Witz, weißt du, bei manchen Stellen haut's dich nämlich genau dann nicht mehr runter und dann kann's nämlich nicht mehr springen ja, oder so wie ihr jetzt, dann bin ich tot mega nice, ja, wo bin ich denn jetzt hier? ach, ganz am Anfang? ah, das ist ja auch ganz cool ähm na, das war, oh doch, hat geklappt was? nee, nee, nicht survival hier oh, Gott, konstanter Faktor, in Nord-Sibirien flirten Frauen in dem Spender mit Felschneck bewerfen was? Game Mode 1 in Nord-Sibirien so jetzt muss ich da mal eben hinfliegen oder du bist da gerade in der Nähe, gell? ja äh, erst meiner, aber dann deiner, gell? richtig alles klar so, da mal eben gucken wo ich es denn hier Achtung, Geraffen Geraffen können sich mit wie der Zunge in die Ohren ausleckt ja, ja, die haben eine krank lange Zunge, alter warum spackt denn das gerade so? ich hab doch gerade eben, oder? ich hab doch den Game Mode hier geändert hier null, ja hat er keine Lust draus? egal, ich spring jetzt hier einfach durch ja, okay, nee, dann ist es dann macht der ganze Kaktus den Ding kein ach, jetzt, jetzt hat er es auch kapiert also irgendwie leckt der Server gerade ein bisschen ein vierjähriges Kind stellt täglich ungefähr 400 Fragen was the fuck ach, komm homosexuelles Verhalten verhalten kann bei 1500 Tierarten beobachtet werden ja, bei Gruppies, Schimpansen und sowas alles auf jeden Fall, Gruppies können ja auch noch irgendwie oh so, bis da war es jetzt voll mit mir wieder Potions, alter, das geht mir grad der auf dem Senkel her Hau da komm, geht doch geht doch ja, ja, es geht eigentlich, ist schon klar da war doch mal, ich werde jetzt einfach mal in der Fall, Frau Frauen können ihren Ellenbogen um 6 Grad weiter überstrecken als Männer what? wofür? ist die Frage oh, jawoll hohohoho alles klar, noch ein blöder Kaktusprung trennt mich vom Sieg hier leckt aber auch schon ein bisschen hier oh jawoll also jetzt hast du es eigentlich geschafft wenn ich jetzt verkackt, ey, dann bin ich aber traurig komm ich da direkt hoch? da komm ich doch direkt hoch da wollte ich auch mal sagen, hier so, einmal konzentrieren noch ja, und danach geht es eigentlich so, alles klar, und jetzt hier bloß dieser Teppich und dann auch diesen komischen Block ist eigentlich ein bisschen komisch wobei eigentlich mit so normalen Sprüngen habe ich echt eigentlich nicht so die Probleme auch bei diesen Fistdingern auch nicht so aber Kaktus echt, ich hasse Kaktus, ey da bin ich auch erst mal untergefallen ja man, normal, erst mal schön gegenspringen äh, hier runter, ja, oder? ja also, ja, pull the lever for checkpoint ach so, Checkpoint haste schon, ne? ja ja, nein, scheiß ich jetzt drauf bisschen Belohns necken, alles klar also den Hebel hier von habe ich schon nur zur Information äh, Lime and, was? Lime and, was? äh, was? ach ja, labe ich einen auf Teppich, oder was? okay, alles klar ja, dann will ich hier nochmal eben hochjumpen so, just for fun alles klar now let's go to the reward side hu alles klar okay, hier war der Hebel drin, oder was? äh, get your boat from up there wo ist hier ein Boot? machst du da oben, oder was? ja, voll der unnötige Weg egal, das machen wir noch eben das machen wir noch eben, Leute und dann ach, komm schon ich bin da hoch ach, guck, da haben wir auch den Max wieder alles klar ja, gut, dann würde ich sagen, Leute was ist hier? no flower bed party ähm set night to magic okay, machen wir mal eben Nacht pen reicht ähm, und dann this checkpoint is recommended you might die alles klar äh, grab your boat machen wir das mal eben und dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen nächstes Mal geht's um hier schöne Runde Boot fahren mega nice und, äh, dann gucken wir mal was wir noch alles machen müssen um endlich alle Schalter zu kriegen aber geht ja eigentlich wir müssen, glaub, noch zwei machen, oder? ich hab, ich hab, ich hab drei und ich hab vier das heißt, sieben also brauchen wir noch zwei so, rechnen follow in auf jeden Fall danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao